So, im letzten Video hatten wir euch die Handpuppe vorgestellt. Hier jetzt noch mal ein Praxistest. Rein. Schließen. So, und eigentlich sollte das jetzt schon gelaufen. Blödsinn. So, und auch wesentlich schneller als jetzt mit dem Benzinschlauch. Gucken wir einfach mal, lassen wir mal die 2 Liter durchlaufen. Und dann gucken wir mal, wie schnell das geht. Aber das geht schon zügig. So, jetzt sind wir schon bei Viertel voll. Dummdi dummdi dumm. Und das war's. Und so, 2 Liter sind durchgelaufen. Und den Rest lassen wir zurücklaufen. Oder halt gegebenenfalls noch in die Kanister oder sonst irgendwas. Ja. Findet ihr bei uns im Shop unter Handpumpe. Und die Artikelnummer ist 3 3 3 3 5 7 4. Viel Spaß damit. Da sind wir super. Untertitelung des ZDF, 2020